Ja, lauf aber hier rum, dann bist du nicht mehr. Nee, du kannst doch drüben. Das ist hier wie bei uns im Haus gut. Nein, das ist ja gar kein Problem. Ihr seid schon drauf. Ah, mega anstrengend. Also ja, anstrengender Abend, aber auch ein guter Abend. Sehr guter Abend. Für euch Olek, Bambolek, Freaks. Wir haben die Stücke, die ihr so liebt und so schon auswendig können. Wir haben sie nochmal auf ein neues Level gehoben. Und es ist ganz cool. Es war brutal, brutal anstrengend alles. Adrian, der Drummer, den ihr gesehen habt, liegt drüben auf dem Sofa. Also es war ein Abnutzungskampf für Olek, Bambolek. Wir haben auf jeden Fall heute fünf Tunes auf ein komplett neues Level gehoben mit Live-Drums und so. Und das ist richtig gut. Ich will den Leuten jetzt ab. Wie weit muss das Tom-Mikro von den zwei Overheads entfernt sein? Oder das Tom von den zwei Overheads? Zwei Fahrten bringen. Richtig gut. Das ist für mich richtig gut. Möchtest du auch noch was sagen? Ich habe nasse Füße. Bist du mit deinen Socken raus? Es ist nass. Es ist trotzdem nicht schlafen hier. Ich sag mal, wenn man Leute hier hat, die beim Regen mit Socken rauslaufen und sich dann beschwören, dass sie nasse Füße haben. Ob das für eine große Karriere reicht? Das ist halt das Ding. Die Schokokosse schmecken nach Erdbeeren. Ja. Das ist... auch ein Problem. Auf jeden Fall. Deswegen, also es ist gerade alles... alles mega euphorisierte. Alle fühlen sich mega gut. Aber es kann auch, wenn man jetzt reinklickt, vielleicht habe ich es auch alles gar nicht gespeichert. Das wäre ziemlich funky, ja. Also es ist alles... Es hängt so ein bisschen an seinen Fädchen. Und das macht ja auch irgendwie die... die Magie des Moments aus. Aus. Ach, hell. Sieben. Mein akustisches Dreieck hat funktioniert. Scheiße. Das könnte echt gut werden. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das könnte gut werden. Das ist richtig gut. Tschüss.